Ich hab mal wieder keine Zigaretten mehr, mal wieder völlig abgepankt. Keiner da, den ich noch angucken kann, umsonst zum Arbeitsamt gerannt. Da hängst du rum und weißt nicht, wohin mit der Zeit. Da hängst du rum und weißt nicht, wohin. Immer nur unten gehen die Erdbeck auf den Geist. Da kann es sein, dass du richtig sauer bist. Kann sein, dass du noch aufwinken willst. Da gib dir Wut und bauch direkt in die Pfau. Und dann gehst du abends in die Stadt und dann kommt dir einer dumm. So ein blöder Schnösel, der keine Ahnung hat. Du drehst dich noch mal um. Der nächste Krieg hat mal eine reingedrückt. Egal, was dann passiert. Nicht noch mal an, der eigenen Lüge steht. Da kann es sein, dass du richtig sauer wirst. Kann sein, dass du noch aufwinken willst. Da geht die Wut vom Baum direkt in die Pfau. Dein War. Dann soll ich aufwinken. Dann soll ich das Ding. Da geht die Wut vom Baum direkt in die Pfau. Da geht die Wut vom Baum direkt in die Pfau. Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Bis zum nächsten Mal.